Ich bin sportlich. Der große Apfel ist gut. Hallo meine Kameraden, heute lernen wir über Adjektive. Adjektive sind schwierig für Ausländer. Hier ist ein Zitat vom berühmten Schriftsteller Mark Twain. I would rather decline two drinks than one German adjective. Mark Twain. Viele Leute denken Adjektive sind schwierig. Adjektive sind nicht sehr schwierig. Also fangen wir an. Erstens. Was sind Adjektive? Adjektive sind Wörter, um Menschen, Orte oder Sachen zu beschreiben. Sie fügen den Sätzen mehr Details hinzu. Details so wie Farben, Masse oder Wesen von etwas oder jemand. Wie nutzen wir sie? Wir können Adjektive auf zwei Arten nutzen. Die erste Art. Adjektive mit sein, werden und bleiben. Die Endungen der Adjektive ändern sich nicht. Beispiele. Mein Vater ist dunn. Sein Rucksack ist groß. Diesweite Art. Adjektive vornommen haben Endungen. Endungen hängen ab von Fall, Nummer, Geschlecht und der Wort ein Wort oder keines von Weiden. Beispiele. Das ist eine hübsche Katze. Die wose Frau ist meinen Apfel. Nun die Endungen. Adjektive nach der Worten haben diese Endungen. Adjektive nach ein Worten haben diese Endungen. Adjektive ohne Artikel haben diese Endungen. Jetzt verstehe ich. Es gibt viele Endungen. Macht euch keine Sorgen. Ich helfe euch. Erst müsst ihr eine Tabelle wie diese machen. Suchen wir die Müstern. Die Endung ist E für männlich und nominativ nach der Worten. Die Endung ist ER für männlich und nominativ nach ein Worten oder Adjektive ohne Artikel. Die Endung ist immer EN für männlich und Akkusativ. Die Endung ist immer ER für weiblich. Die Endung ist immer ER für säglich nach der Worten. Die Endung ist ER für säglich nach ein Worten oder Adjektive ohne Artikel. Die Endung ist immer ER für plural mit Adjektive ohne Artikel. Für visuelle Leute empfehle ich eine Tabelle zu machen. Außerdem haben viele Adjektive für ein Nomen die gleiche Endung. Hier sind einige nützliche Adjektive. Aggressiv bedeutet aggressiv. Dov bedeutet stupid. Froh bedeutet happy. Gemein bedeutet mean. Sehen wir Beispiele. Seine Mutter bleibt sporlich. Mein großer Bruder ist ein guter Golfspieler. Ist das kleine rothaarige Mädchen deine Schwester? Nicht sehr schwer, oder? Abschließend helfen uns die Adjektive, zusätzliche Informationen zu geben. Sie haben viele Endungen, aber mit einer Tabelle ist es einfach. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!